Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Mr. Bär. Der Mr. Bär ist ein kanadischer Cocktail. Er soll entstanden sein, weil der einheimische Whisky-Pour nicht zu genießen gewesen sein soll und man ihn mit Honig leichter trinken konnte. Für 1 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Canadian Whisky, 1cl Honig, Zitronenschale, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Longdrinkglas. Zubereitung Whisky und Honig in einen Shaker geben. Gut durchschütteln. Mit Zitronenschale abspritzen. Eiswürfel in ein Longdrinkglas geben. Den Whisky in das Glas abseihen. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!